So meine lieben Freunde, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Arcanum. Ich habe mich ein bisschen schlau gemacht, wo es denn jetzt weitergeht, sondern so ein bisschen kostet mich das Spiel ja schon ein wenig, wenn ich nicht weiß, was lang geht. Erstmal werden wir Virgil suchen, er ist in Caladon. Ich habe jetzt eigentlich nicht gesucht, wo genau er ist. Aber er ist hier irgendwo. Deswegen werden wir ihn erst einmal suchen gehen. So, Stoppo wieder an. Mein Gott, ich vergesse das jedes Mal wieder. Denn ich will ihn ja schließlich bei mir haben, wenn ich weitermache. Ich gehe trotzdem mal hier und gucke. Wie gesagt, ich weiß nicht genau, wo er ist. Aber in der Folge sollte man das hinkriegen. Nix Virgil. Auch kein Virgil. Also er muss irgendwo ein Caladon sein. Die Frage ist nur, wo und was ist passiert. Ich glaube nicht, dass wir hier unten. Deswegen gehen wir noch ganz kurz zu dem Typen, der uns die Medi-Spinne gegeben hat. Die einfach mal mega geil ist, muss ich sagen. Wir brauchen übrigens ein bisschen Leben. Oder nicht? Oh, sie ist ein Akkampf-Lehrling. Mehr hat sie aber anscheinend nicht. Dann brauchen wir anscheinend doch kein Leben mehr. Ich habe gerade mal ein Spiel angefangen mit dem Magier. Das ist natürlich am Anfang wesentlich komplizierter. Weil man sich einfach auch um die Energie kümmern muss. Und ich habe eine Frau genommen, eine Elfung glaube ich. Mit Bücherbogen oder so, wo ich eine Intelligenz dazu kriege, dass ich so eine Wahrnehmung verliere. Und die kann man überhaupt gar nicht mit dem Dings umgehen, mit dem Dolch. Die hat so oft kritische Patze. Das ist ja echt traurig. Wo läufst du denn lang? Na gut. Und die hat sich gleich bei den ersten paar Angriffen der Narbe zugefügt. Das war schon ein wenig traurig. Okay, hier ist auch keiner. Könnte der denn sein, ey? Dann müssen wir hier das Haus abgraben. Guten Tag. Ich weiß ja, was mit ihm passiert ist. Die Frage ist, wo ist er? Keine Ahnung. Oh, das Hafengelände habe ich jetzt schon abgesucht. Zur weinenden Zwiebel. Schnief. War ich da schon dran? Glaube noch nicht. Jum, was wir hier gucken. Meine Toterfrau. Verschlossen? Oh, ich bin bestimmt schon drin. Ja. Das war das gewesen, weil einfach nichts Wertvolles drin war und er trotzdem alles abgeschlossen hat. Unverständlich. Na, ich glaube nicht, dass da so ein Ding an hier drin ist. Halte ich für unwahrscheinlich. Ich glaube nicht, dass in der Kirche drin ist. Ich habe das damals mal gewusst, wo er ist. Damals. So riesig ist Kallerin eigentlich gar nicht. Da unten war ich jetzt auch schon drin. Dann gehen wir mal da oben lang. Dass ich ihn eigentlich finden müsste. Würde ich mal annehmen. Aber hier waren wir eigentlich eigentlich schon drin im Museum. Und hier war ich eigentlich auch überall drin, den kleinen Gnome, der mich gekillt. Die kleine Drecksau. Und hier war ich auch überall drin gewesen. Wobei, in der Kanalisation, nein, das glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass da in der Kanalisation ist. Das halte ich für unwahrscheinlich. Hinten noch mal ein paar Häuser. Sind die Tiere nachgespawnt, die ich getötet habe? Habe ich nicht irgendjemand gekillt? Einen Tiger oder so? Ah, ne, der Tiger ist nicht mehr da. Der war hier unten drin. Neben dem Bär. Ich glaube, ich kann Virgil abschreiben. Ich habe Beweise für eine Schwung, die euch interessieren könnten. Was meint ihr mit Verschwörung? Soll das eine Art Witz sein? Die Industrie vor allem züchtet illegal halb oger. Sagen wir, ich wäre einer der Story interessiert. Dann bräuchte ich aber einen Beweis. Den habt ihr genau hier. Du zeigst ihm das Tagebuch. Beide Götter, und das ist verblüffend. In einer Story wie dieser kann ich mir einen Namen machen. Ihr nehmt mir das Tagebuch, wo das drucke ich jetzt in vollem Umfang. Das wird die Story seit 100. Was würdet ihr mir dafür zahlen? Was? Macht ihr Witze? Ich könnte euch 100 Münzen geben. Was meint ihr? Naja, gut. Unfassbar, darauf habe ich die ganze Zeit gewartet. Ich schreibe sofort einen Artikel darüber, damit es morgen in der Zeitung steht. Ich habe nicht mal Erfahrung dafür bekommen. Ernsthaft? Drecksack. Hä? Wo ist denn der? Ich glaube eigentlich, dass das Wörter hier unten ist. Hm. Gut, wie dem auch sei. Ähm. Virgil hat ein dunkles Geheimnis. Das eigentlich hätte... Ähm. Ich verstehe es nicht. Warum er nicht hier ist. Also er ist in Calaeron, aber er ist tot. Der hat halt Spielschulden. Daran kann ich mich... Also als ich es gelesen habe, konnte ich mich daran echt noch erinnern. Der hat Spielschulden gehabt und wurde umgebracht. Und irgendwo hier muss die Leiche in Calaeron sein. Die Frage ist, ich habe keine Ahnung wo. Und ich glaube, der kann jetzt unten ist er nicht. Das hatte ich für unwahrscheinlich. Naja. Daran hätte ich mich... Daran würde ich mich erinnern. Aber ich finde die leider nicht. Deswegen, Virgil. Pech gehabt. Du wirst ja eh denn dich verrecken und verrecken ist ja sowieso schon. Schmoren wirst du hier. Ich hätte gedacht, irgendeinem Gasthaus würde der sein. Dass sich ja mit euch jemanden angelegt hat. Aber hier ist keiner. Hier ist keine Leiche. Hier haben wir nur eine Kiste. Also, mich. Ich sehe ihn nur zu. Auch nicht nur ein bisschen Gassen oder so. Auf dem Friedhof ist er auch noch nicht. Wörtlich finde ich nicht. Ich gebe die Suche auf nach dir. Vielleicht bist du ja dort nicht in Calaeron. Wer weiß das schon. Nun gut. Wir müssen... Nach Quintara. Habe ich gelesen. Aus dem Grund geht es jetzt nach Tarant. Auf die Idee wäre ich ja doch nie gekommen, da jetzt hinzugehen. Also... Das Spiel ist mir zu hoch. Ein paar Tipps wären dann noch schon ganz praktisch. Aber das hatte ich halt auch schon wieder vergessen. Das ist halt auch schon wieder für mich gut ein, zwei Wochen her, seitdem ich das letzte Mal gespielt hatte. Seit dem einen Mal. Aber anscheinend müssen wir mit der Silberfürstin reden. Also mit der Mutter von Ravena. Vielleicht können wir sie jetzt ja mitnehmen. Das kann ich jetzt hier richtig viel. Weil ich glaube, der Hund ist noch mit dabei. Ich glaube, eins ist immer noch Maximum. Das habe ich mir aufgeschrieben. Also man hätte aber Virtual wiederbeleben können. Er ist zwar tot. Aber seine Leiche hätte mit einem Lebensbringer wieder erleicht erweckt werden können. Aber gut, dann ist es halt so. Und ich habe mir noch aufgeschrieben, Quintara Silberfürstin. Also Silberfürstin, die ist ja ein Quintara, das weiß ich ja noch. Das habe ich mir in der Tat selbst gemerkt. Und was muss ich da hier machen, oder? Nö, doch nicht. Ich dachte, wir müssen was anlegen, oder so. Wir wollen aber hoffen, dass das was bringt. Ich bringe Informationen über das Dorf der Dunkelelfen. Ich bin nach Tarant gereist und... Und du erzählst ihr, wie du Zen angefunden hast. Mingorath ist also eine Frau. Ich würde sie sehr gern kennenlernen. Es dürfte schwierig sein, ein Treffen zu arrangieren. Ich habe sie umgebracht. Ihr habt sie umgebracht? Das ist wahrhaft bedauerlich, wenn man das Wesen des Elfenlebens bedenkt. Das war wirklich gut. Also, was hat sie euch erzählt? Ich konnte diesen Brief ergattern. Was steht darin? Hier ist zum Schwarzberg-Clan und einem Mann namens Aronax die Rede. Aha. Der Schwarzberg-Clan wurde also verbannt, damit Aronax die Schutzzauber schwächen kann. Er kommt wirklich zurück. Wir Elfen sind ein magisches Volk und bewandert in Runen und Prophezeiungen, aber ich hätte nie gedacht. Einerlei, wir müssen handeln. Ihr müsst mit meiner Mutter sprechen. Sie kann vielleicht sehen, was getan werden muss. Was soll dieser Hinweis auf Wendigrod? Wendigrod? Ich weiß, dass die Wendigrod-Wüste im Norden liegt und Wendigrod eine Rolle in den Panari-Legenden um Aronax spielt. Es wurde oft darüber diskutiert, ob es sich dabei um eine richtige Stadt oder nur um etwas Symbolisches handelt. Sieht so aus, als hätten die Dunkelelten und dieser Kan-Bwa dort etwas gefunden. Was sollen wir tun? Meine Mutter wird wissen, welchen Weg wir einschlagen sollen. Sie kann dies alles vielleicht durchschauen und uns sagen, was getan werden muss. Ich werde sprechen mit ihr erwähnen und komme wieder zurück, soweit ich es getan habe. Jetzt darf ich nämlich auch rein. Hi. Willkommen, Renatine. Seid gegrüßt, Silberfürstin. Ich habe noch einige Fragen an euch. Ja, ich wusste, dass ihr wiederkommen würdet. Und ihr scheint immer noch am Ufer zu wandeln. Das macht mich froh. Warum? Es bedeutet, ihr habt den rechten Weg gewählt, Fremdlinge. Zumindest den rechten in der Weise, wie ihr die Dinge seht. Ich freue mich zu euch. Darf ich euch etwas fragen? Natürlich. Wie lautet die Frage? Was soll ich als nächstes tun? Bitte versucht, euch verständlich auszudrücken. Säberfürstin? Ähm... Eure Antwort liegt bei Nassrudin. Was? Wie ist das möglich? Ihr habt eure Antwort, Fremdling. Wir werden nicht mehr miteinander sprechen. Wartet, wer... Blöde Kuh. Suche, na so, danke. Danke für diesen... Wow. Ja, ich hoffe mal, Rewena kann mir ein bisschen was dazu erzählen. Ich habe mit eurer Mutter über Aronax gesprochen. Wirklich? Und was hat sie euch erzählt? Sie sagte mir, eure Antworten liegt allein bei Nassrudin. Das ist sehr, sehr seltsam. Warum? Weil Nassrudin seit über 2000 Jahren tot ist. Das scheint die Situation ein wenig zu komplizieren. Ja, das scheint mir auch so. Nassrudin und der Rat, sie haben Aronax verbannt. Ja, ich weiß, das erzählt man sich jedenfalls. Wie schon gesagt, ich kenne die Einzelheiten nicht. Tja, damit stecke ich in der Klemme. Ich suche nach einem toten Mann. Ja, das ist sehr seltsam. Ich würde euch raten, nach Kaladon zu reisen. Dort findet ihr den obersten Tempel der Panari. Und vielleicht ein paar Antworten mehr. Das hört sich nicht übel an. Möchtet ihr mich wohl begleiten? Ich hätte gehofft, dass ihr mich darum bitten würdet. Ich trage viel Verantwortung hier in Quintara, denke aber, mein Platz ist jetzt an eurer Seite. Diese Angelegenheit betrifft ganz Arcanum, besonders aber die Elfen. Ja, ich werde mit euch kommen und tun, was getan werden muss, wenn das euer Wunsch ist. Das werde ich, Rabina. Es wäre mir eine Ehre, wenn ihr mich begleiten würdet. Und es ist mir eine Ehre, Gefährtin von jemandem mit so offensichtlichem Mut und eindeutiger Integrität zu sein. Sollen wir? Ja, also los. So, jetzt habe ich sie doch jetzt im Team. Sie ist Level 32, also ein wenig hinter mir. Gucken wir uns doch mal, Brief von Renfurt an Rabina. Das reicht, wenn ich den angucke einfach nur. Kann ich nicht. Eine Drachenlederkleidung, ein Elfenjägerbogen, Elfenstiefel und ein Schutzring. Meine liebste Rabina, wenn ich jetzt auch zu meiner Suche nach den Dunkelnelfen aufbrechen muss, so werde ich doch immer die Augenblicke, die wir miteinander teilten, in meinem Herzen bewahren. Mir bleibt nur die Hoffnung, dass wir eines Tages wieder Hand in Hand durch die Wälder von Quintara wandeln werden. Für immer der deine. Renfurt, Art Herr Williger. Aha. Wie kann ich euch behilflich sein? Da kannst du wieder haben. Kannst du auch haben. Überhalte auch mal. Das kannst du haben. Das kannst du behalten. Muntermacher. Genesung. Die wird es ja wohl nicht ohne mein Wissen anwenden, denke ich mal. Sehr schön. Und das kannst du auch behalten. Die wird mir schon nicht abhanden gehen, denke ich mal. Weil sie hat nur 30 Pfeile. Muss ich hier Pfeile besorgen? Oder kriegt sie das irgendwie alleine hin? Achso, hier oben muss ich lang. Ja, dann gehen wir doch jetzt einfach nochmal nach Caladon. Vielleicht quatschen ich mich jetzt ein bisschen voll. Von wegen, was das Passwort ist für... Das Passwort für die Tür. Und wenn nicht, dann stecke ich wieder in der gleichen Klemme wie vorher. Ansonsten muss ich die beiden Menschenwächter töten. Ich habe noch nie so ein Wissen. Nein, ich fürchte, dass ich euch nicht besonders mache. Hä? Ist das dein Ernst? Warum habt ihr euch gegenseitig angehört? Seid ihr bescheuert? Ich glaube, sie hat den Hund getroffen mit ihrem Pfeil. Und deswegen ist er ein bisschen böse gewesen. Ich habe jetzt halt so affig, ey. Ohne Witz. Sonst kann ich dann wieder gleich wieder wegschicken. Wir gehen jetzt halt zum Hardings Pass. Aber meinen seid ihr dumm. Ja, Pfeile ist natürlich ein beschissenes Werkzeug zum Kämpfen. So, dann müssen wir den Weg nicht schon mal umsonst gelaufen sind. Könnt ihr mir das erklären? Was ist da denn gerade passiert? Dann haben wir nach Wiener Sterbensort drin. Das ist so. Also, ich will sie ungern töten, aber... Ich will sie jetzt ja nicht. Sechsig kommt von Taren nach Kalorin. Jetzt haben wir bestimmt wieder, wir haben kein Boot. Ihr Penner. Jetzt kommt ja an, jetzt hier wieder mehr. Versuchen wir es mal. Auch wenn ich vermute, ich die Antwort wieder kennen werde. Ich fahre nur mit dem Schiff, obwohl ich jedes Mal hierher komme. Äh, ja. Aber es gibt bestimmt noch ein anderes Schiff. Das Schiff, glaube ich, fährt nirgendwo hin. Heute haben wir gleich wieder die Ohren voll. Ach, doch, auf einmal. Hä, bist du doof oder so? Möchte ich dazu irgendwas sagen? So, ich bin wieder in Kalorin. Yay. So schnell sieht man sich wieder. Ja, wird. Ich habe die einfach mal ersetzt. Ich hoffe, du kriegst es mit. Ja, an das wir die Spielschulen kann ich mich vielleicht noch erinnern. Ich weiß aber nicht mehr, wo es an der Leiche liegt. Oh, hier ist er schon. Vielleicht ist er doch da hinten. Ich weiß es nicht. Erstmal gehen wir wieder rein. Sprechen. Sprechen. Dann sagt mir immer noch nichts. Gut. Wir gehen nochmal hin. Ansonsten weiß ich echt nicht, was ich machen soll. Ein Pilgergewand bräuchte ich dann vielleicht noch. Ich wüsste nicht, wo ich das jetzt suchen soll. Ja, sieht langsam knapp aus mit den Pfeilen. Ach, die habe ich schon Besieg gehabt, ja? Ich werde versuchen, diese beiden Menschenwachen zu töten. In der Hoffnung, ich logge da nicht noch mehr mit an, weil ich habe jetzt keine Lust, einen Pilgergewand zu suchen. Das ist kacke. Eigentlich dürfte ich die in Ruhe killen können. Wie, hier hinten sollten wir das nicht sehen? Und ich hoffe auch, er hat nichts dagegen. Ist okay, oder? Ich würde gerne den Grab besichtigen. Doch, ein Pilgergewand, ja. Ich versuche sie mal zu töten, ansonsten muss ich mir wirklich irgendwo ein Pilgergewand besorgen. Das ist doof. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ach, jetzt fängt es an, anzugreifen, du blöde Kuh, ja? Ich will mal mit einem Medi-Spin hier rauskramen. Dankeschön. Oh Gott, ich bin eine Hei-Misch. Das ist das. Dankeschön, Spändchen. 83er, was haben die bitte für eine Waffe, ey? Aber wieder, sonst auf den Rundzäulen. Schlüssel zu Nasodins Grab. Pfff, hier ist es das Giftschwert, alter. Ich bin bei 65 Punkten Gift. Dann machen wir ein Backup 34. Bis wir fertig sind wir in Nasodins Grab. Oh. Ich hätte einen Pegelgewand einfach nur gebraucht. Was steht da? Im Sarkophaktik ein Skelett, das mit einem zerlumpten Gewand bekleidet ist. Dem Skelett fehlt ein Finger. Schädel aus dem Grab von Nasodin. Und hier haben wir noch auf dem Sarkophakt-Deckel etwas Blutiges. Und es sieht aus wie dieser Steinkreis in Roseboro. Oh, hier ist noch ein Durchgang, aha. Was ist da denn hinten? Gut, hier bin ich auf der anderen Seite. Da wäre ich jetzt also langgekommen. Ich gehe noch kurz gucken, was hier hinten ist. In der Kanalisation. Ist das dein Gottverdammter Ernst? Ich hätte die gar nicht töten müssen. Hier hinten ist noch ein verdammter Durchgang. Das ist ja höchst interessant. Ja, dann gucken wir doch mal, wie der Panari-Tempel auf unser Eindringen reagiert. Ansonsten hätte man sich auch easy hier lang schleichen. Was ist das denn für ein doof Mist? Ich habe den Schädel dabei, den zeige ich jetzt diesem H-Typen da, dem Archäologen. In der Hoffnung, hier ist keiner böse auf mich. Reaktion normal. Natürlich will mich auch keiner töten, alles gut. Keiner ist hier gehässig. Ich bin aus der Gruft zurück. Wunderbar, komm her. Erzählt mir, was ihr gefunden habt. Ich habe den Schädel geborgen und habe bei interessanten Entdeckungen gemacht. Der Schädel? Wunderbar. Bitte, darf ich einen Blick darauf werfen? Natürlich. Vielen Dank, das ist da ein aufregender Moment. Wir sind die Ersten seit 2000 Jahren, die einen Blick auf Nasodin werfen können. Das werden wir nicht alles erfahren. Wartet. Einen Moment mal, was ist das denn? Was habt ihr, Hadrian? Dieser Schädel. Ihr sagt, das ist der Schädel aus dem Sarkophag in der Grabkammer? Seid ihr sicher? Ja, ganz sicher. Was ist denn los? Dieser Schädel. Das ist kein Elf. Das ist der Schädel eines Menschen. Das ist unmöglich. Ich habe nur noch andere seltsame Dinge gesehen. Was? Was habt ihr gesehen? Mir ist aufgefallen, dass dem Skelett der rechte Finger fehlt. Okay. Einer seiner rechten Finger? Ihr wisst, was das bedeutet. Oh nein, das kann nicht sein. Was, Hadrian? Wovon redet ihr? Einer der Gegenstände, die ich hier habe, ist der Finger von Manox. Eine Legende rankt sich darum. Man wusste nie genau, ob es tatsächlich der Finger des großen Heiligen war. Es sieht so aus, als könnte er tatsächlich sein. Es könnte erst tatsächlich sein. Wollt ihr damit sagen, dass der Tod in dem Sarkophag Manox ist? Ich weiß nicht so recht. Du lieber Himmel. Warum? Warum hätten sie ihn in der Gruppe von Nasodim begraben sollen? Ich... Es ist nur... Und da ist noch etwas. Ich weiß nicht, was das bedeutet oder warum es da ist. Das Wort hört sich nach früheren Panarum an. Einer uralten Sprache, die die Kirchenältesten gesprochen haben. Sie wird seit Jahrhunderten nicht mehr benutzt. Aber Gunther Wilhelm ist ein Experte und dürfte wissen, was es bedeutet, wenn es geschrieben wird von... Oh Gott. Sie haben ihn lebendig begraben. Glaubt ihr, Leicht mit dem Sarkophag ist Manox selbst? Ich weiß nicht so recht. Hadrian, was sollen wir tun? Ich habe keine Ahnung. Diese Entdeckung. Mir fehlen die Worte. 2000 Jahre und niemand hat sich hier die Mühe gemacht, einmal nachzusehen. Was sind denn wir nur für Narren gewesen? Hört mir zu. Ich schlage vor, ihr sprecht mit Gunther darüber. Findet heraus, was diese Nachricht lautet. Ich kann nicht weiter willfig sein. Ich würde der Sache auf den Grund gehen, Hadrian. Das verspreche ich. Vielleicht hätte man besser gar nicht erst in dieser Sache herumgestochert. Es kommt nicht alle Tage vor, dass der eigene Glaube in den Grundfesten erschüttert wird. Es tut mir unheimlich halt, Hadrian. Ich gehe jetzt. Kann ich dir die mit Dinger mitnehmen? Alle noch verschlossen. Puh, ja. Den Schindler habe ich anscheinend weggegeben. Ich habe etwas über die sterbischen Überreste von Nasudin herausgefunden. Ah, da seid ihr ja wieder. Ich nehme an, ihr habt mit Hadrian gesprochen. Habt ihr herausgefunden, wann ihr eigentlich sucht? Ich habe etwas herausgefunden, weiß aber nicht, was das bedeutet. Interessant. Sieht so aus, als wäre euch das sprichwörtliche Sand in die Augen gestreut werden. Aber aus welchem Grund? Vielleicht waren die Kirchengründer der Meinung, die Geschichte einer Himmelfahrt könnte den Glauben des Volkes stärken. Aber um den Preis des Lebens eines anderen Mannes? Es fällt mir schwer, das zu glauben. Aber ich habe etwas herausgefunden, glaube, das ist nicht der Beweis. Das ist der Beweis dafür, dass diese Überreste nicht echt sind. Was, Gunther? Was habt ihr gefunden? Naja, warte. Das ist noch nicht alles. Ich habe keine Ahnung, was der zerbrochene Ring bedeutet, aber die beiden Worte sind in einem alten Panarum geschrieben, einer Sprache, die einst von den Kirchenältesten gesprochen wurde. Das erste bedeutet Spiegel oder Gegenteil und das zweite Wort Wahrheit. Was aber nun den Sinn der ganzen Botschaft betrifft, da bin ich ratlos. Wir können davon ausgehen, dass Mannox versuchte, uns etwas zu sagen. Und was habt ihr herausgefunden, Gunther? Erinnert euch, wie ich euch von der Arbeit an diesen älteren Übersetzungen erzählte? Ich habe noch einen Abschnitt gefunden, der nicht mit dem Archäon, das wir heute lesen, übereinstimmt. Habt ihr von der Passage gehört, in der von der letzten Ruhestätte Nasodins die Rede ist? Nein, davon habe ich noch nie gehört. Im heutigen Archäon heißt es, Nasodin reiste zur südlichsten Spitze des Landes, wo er sich zur letzten Ruhe bettete. In dem Exemplar, das ich übersetze, steht fast dasselbe, mit einem einzigen kleinen Unterschied. Da heißt es, Nasodins überquerte das Wasser und reiste zur südlichsten Spitze des Landes. Wovon sprecht ihr, Gunther? Ich spreche davon, dass Nasodin wahrscheinlich gar nicht hier in Kalladon begraben wurde. Wir sind nur immer davon ausgegangen, dass in den Schriften vom Festland die Rede war. Und als die sterblichen Überreste gefunden wurden, hat sich natürlich keiner mehr die Mühe gemacht, noch einmal zu suchen. Und wo sind seine sterblichen Überreste? Die südlichste Spitze aller Gegenden Arcanums ist die Insel Thanatos, südlich von hier. Ich denke, das sollte euer nächstes Ziel sein. Ich möchte euch um einen Gefallen bitten. Wenn ihr vor eurer Abreise noch Zeit habt, könntet ihr vielleicht die Wahrheit über Sankt Manox herausfinden. Es gibt Männer hier, die gewiss daran interessiert wären, die Verantwortlichen zu finden. Das werde ich dann wohl auch tun. Aber warum haben sie das all eurer Meinung nach wohl getan? Das weiß ich ja auch nicht. Vielleicht ist etwas an den echten sterblichen Überreste von Nasodin, vor dem sie Angst haben. Ihr solltet seine letzte Ruhestätte finden und dort werdet ihr, denke ich, auch eure Antworten erhalten. Das werde ich, Gunther. Vielen Dank und einen schönen Tag noch. Ich habe das Innere von Nasodienst Gruft gesehen. Was habt ihr gefunden? Ich habe den Schädel geborgen. Er gehört einem Menschen, keinem Elfen. Das sind ernste Neuigkeiten. Offen die sich an, dass ich bei den Überreste meine Fälschung habe. Kommt zu mir zurück, wenn ihr herausgefunden habt, was das alles bedeutet. Sonst noch etwas? Ich habe eine Fische, okay. Ich verstehe. Kommt zu mir zurück, wenn ihr ausgewusstet habt. Okay. Gunther hat noch weiter Diskepranzen im Archeon gefunden. Sieht so aus, als wären wir alle in einer Täuschung aufgesessen. Anscheinend trennen sich hier unsere Wege, aber wenn ihr die Zeit habt, könnt ihr euch vielleicht die Botschaft ansehen, die im Inneren der Gruft geschrieben wurde. Kommt zu mir zurück, wenn ihr herausgefunden habt, was ihr bedeutet. Gut. Alles klar mit dem, Freunde. Wir machen mal ganz nötig eine kleine Pause. Wir sehen uns in der nächsten Folge von Arcanum. Bis dahin. Ciao.